Glück auf meine Kumpel Malocha, Darko Chulinov wechselt nicht nach Schalke, der Wechsel ist geplatzt, Schalke wollte eine Laie mit Kaufoption und Stuttgart wollte unbedingt eine Laie mit Kaufpflicht vereinbaren und da konnten sich beide Parteien nicht auf einen Wechsel einigen. Finde ich sehr, sehr schade, weil Darko Chulinov auf jeden Fall ein Publikumsliebling gewesen ist, der hat sich sehr, sehr stark mit Schalke identifiziert und hatte auch sportlich einen großen Anteil am Aufstieg, also der ist ein Tempodribbler, so eine Komponente, die unserem Spiel auf jeden Fall gefehlt hat und durch sein Spiel gab es immer eine gewisse Unberechenbarkeit in unserem Spiel und das fehlt jetzt auch auf jeden Fall in dem aktuellen Kader. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Ruven Schröder schon einen passenden Ersatz finden wird und bin da sehr, sehr optimistisch, natürlich wäre es mir sehr, sehr viel lieber gewesen, wenn wir den Darko Chulinov verpflichtet hätten, aber was sagt ihr, gute Entscheidung von Schalke da nicht mitzubieten bei den Stuttgarter Forderungen, da waren ja mal 3 Millionen im Raum, was ich viel zu viel empfunden habe oder sagt ihr, man musste den Spieler um jeden Preis halten, dann schreibt mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.